Mein Lieblingsbuch Ich lese gerne und habe viele Bücher. Mein Lieblingsbuch handelt von einem Abenteuer in einem magischen Land. Die Hauptfigur ist ein mutiges Mädchen, das Rätsel löst und Freunde findet. Ich liebe es, mich in die Geschichte hineinzuträumen und mir vorzustellen, wie es wäre, dort zu sein. Wenn ich lese, vergesse ich alles um mich herum.